malayo python reticulatus in der farbe moccino mocha albino auch übersetzt ein tag nach der fütterung 150 gramm ratte hat er ihren weg gefunden frostfutter natürlich aufgetaut da sitzt der mann da sieht man es nicht ganz so gut hat ungefähr 120 130 gramm ratte gehabt wo ich das weiß einfach weil es auf der packung drauf steht und nicht die größen auch danach kaufe ich weiß nicht ob man das gut sehen kann aber sie blickt irgendwie nach hinten die sind sehr aufmerksam und ich halte euch mal so auf dem laufenden also wie gesagt gestern wurde gefüttert das ist das ergebnis